Hallo ihr Lieben, ich bin Paterot, Beziehungscoach, Brumsdialoge, diesmal wieder Blog, rund um die Themen, Dating, Beziehung und Liebe. Und ja, heute geht es um das Thema, ist das irgendwie abtörend, wenn man wenig Freude hat, wenig Freude, nee, wenig Freunde hat und man in Datingprozessen ist. Und ich lese heute mal zwei Mails vor, danach machen wir da nochmal eine kleine Erfolgsmail. Freut euch ja auch immer drüber, denke ich. So, jetzt muss ich erstmal mal in meine Mails rein. So, hallo lieber Christian, ich verfolge deinen YouTube-Kanal, seid ja interessiert, bin weiblich, ich möchte mich herzlich für deine professionelle und hilfreiche Art bedanken. Was mir schon, weil mir die Frage schon länger auf dem Herzen liegt, würde ich mich über eine Antwort sehr freuen. Ja, also ich bin weiblich Ende 20, bereits seit über fünf Jahren sehr wenig bis keine richtigen Freunde mehr. Da ich ebenfalls auch beim Dating diverse Probleme habe, frage ich mich immer mehr, ob mich die Tatsache, dass ich derzeit ziemlich allein da stehe, auch kaum noch Familie habe, nicht mal nennenswert Kontakt zu den Eltern für Männer unattraktiv macht. Vielleicht denken Männer, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, weil ich keinen Freundeskreis habe. Also, my two best man total leid, weil ich struggle da ja auch immer mit, das kann ich mit Freundschaften, das kann ich total relaten, verstehe ich. Aber abgesehen davon, dass es, ja, jenseits Schulstudienzeit, glaube ich, sowieso, Jahr für Jahr schwieriger wird, haben wir jetzt auch noch, weiß ich nicht, irgendwie diesen Berg an, weiß ich nicht, dass Leute noch so post-Corona noch so zurückgezogen sind. Wir haben diesen Berg an Unverbindlichkeiten, der ja auch so zugenommen hat. Und Menschen drehen sich sehr um sich und, ja, aber klar, das soll man natürlich nicht abhalten davon. Ich persönlich glaube jetzt nicht, dass es sich beim Dating so direkt so bemerkbar macht. Ich glaube, das muss man wirklich trennen, weil ich führe eigentlich immer wieder, manche Leute haben Schwierigkeiten mit Dating, manche haben Schwierigkeiten mit Freundschaft, manche haben mit beiden Schwierigkeiten. Ich glaube nicht, dass das so verbunden ist und wenn ein Mann nicht toll findet, dass er dann sagt, ach nee, die hat jetzt nicht so viele Freundinnen oder Freunde. Klar, es gibt so ein bisschen dieses Made Copying, wie man das immer so nennt in der Evolutionspsychologie, das heißt, oder Social Proof, also wenn jemand, Made Copying ist eigentlich noch was anderes, aber Social Proof, wenn jemand sehr beliebt ist, dann wird er auch gerne noch beliebter. Aber ich glaube, das wird eigentlich eher so bei Männern diskutiert. Also, nee, also ich würde da auf gar keinen Fall, würde ich da auch jetzt das problematisieren oder ich würde gleich sagen, ich habe wenig Freunde, weil das haben ganz viele Leute heutzutage. Das wird leider, also das ist auch eine Sache, die habe ich immer noch nicht richtig verstanden. Also vielleicht wäre das auch mal Thema für ein Buch oder so. Also würde ich auch gerne mal reinknien, warum ist das eigentlich so? Warum ist das so elend schwierig heutzutage? Ansonsten, ja, gibt es natürlich immer Nice Guys Leben, Hobby, vielleicht mal, ich weiß nicht, ob ihr Erfahrung damit habt, Meetup. Also da gibt es ja mehrere Apps so in der Richtung zum Freunde kennenlernen. Ja, also es macht, glaube ich, schon Sinn, das zu probieren, weil es ist unheimlich anstrengend, finde ich. Oder auch mal gucken mit dem Job. Du kannst in dem Job mal gucken, dass du mehr Kollegen hast. Also ich habe das auch gemerkt, hier mit Homeoffice und so und Umzüge und was weiß ich, dass das, boah ey, und dann mal über 50, finde ich es auch, glaube ich, noch krasser. Also das ist echt, echt wirklich ein Thema ist. Und vor allem, wenn man so ein bisschen höhere Standards hat und dann einfach auch diese Leute nicht abkann, die, weiß ich nicht, zu viel Drogen nehmen, unzuverlässig sind, wenn man das dann alles noch abziehen muss immer. Und das ist schon echt, ist echt schräger Lebensbereich gerade, finde ich auch. Aber ich glaube nicht, dass ich das so unmittelbar, ich würde das ein bisschen trennen vom Dating. Ich glaube nicht, dass das einen Mann so auf den ersten Dates irgendwie interessiert. Und wenn jemand dann in dich verliebt ist und du findest ihn auch toll und ja, dann ist man halt erst mal verliebt. Und dann interessiert es ihn vielleicht auch nicht. Klar, wenn man jetzt sich dann so draufstürzt auf einen neuen Partner, aber da schreibst du ja nichts von. Und ah ja, das ist es jetzt. Und das weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und du musst jetzt alle meine Bedürfnisse erfüllen. Also auf jeden Fall würde ich weiter daran arbeiten. Also ich glaube, man kann das nicht so zwingen mit Freunden. Aber du kannst weiter schöne Sachen im Leben machen und da viel Energie reingeben. Das solltest du auf jeden Fall, solltest du nicht einfach zu Hause sitzen. Es sei denn, es macht dir Spaß. Aber ansonsten würde ich echt sehen, dass man rausgeht. Manchmal dauert es auch einfach ein bisschen. Auch habe ich mittlerweile den Eindruck, dass sie mir meine soziale Abgeschiedenheit anmerken und abgeschreckt sind. Weiß ich nicht. Das wäre doch echt das Letzte, was ich fragen würde auf ein Date irgendwie. Also ich habe mich sogar ertappt, vor Männern Verabredungen mit Freundinnen zu erfinden, damit sie nicht merken, dass ich gerade kaum ein Sozialleben habe und denken, dass ich bedürftig bin. Ne, ich würde auf gar keinen Fall irgendwas vorspielen, was du nicht bist. Also das macht einen, das nimmt einem schnell wieder so Kraft. Also du bist, wie du bist und du bist in Ordnung, so wie du bist. Und also ich würde das als Mann auch erwarten, wenn eine Frau mich gut findet, dass sie dann Zeit macht für mich. Da würde ich jetzt gar nicht überlegen, macht sie mir jetzt Zeit, was die Freundin absagen muss oder hat sie Zeit, weil sie einfach nicht viel vorhat irgendwie. Also ich finde, wenn eine Frau richtig toll findet, dann hat sie sowieso immer Zeit. Und von daher kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn man jetzt ein bisschen tiefer drin wäre in einer Beziehung, das könnte natürlich ja schon mal Thema sein, dass man sagt, Mensch, wäre schön, wenn wir ein paar Freunde hätten oder mal mit Freunden was machen würden. Aber selbst dann, wenn der Mann dann Freunde hat, dann nimmt er dich halt mit zu seinen Freunden. Ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Aber was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Aber ich würde auf gar keinen Fall irgendwas da finden. Also man muss es ja niemanden auf die Nase binden direkt, aber ich würde es auf gar keinen Fall finden. Ich würde mir wünschen, dass in der Zukunft der Partner mich bestenfalls in seinen Freundeskreis integriert. Ja, und das machen, das passiert auch ganz oft. Also ich glaube, das passiert wirklich so oft. Und ja, hoffe ich zumindest. Mich nicht verurteilt, dass ich mich schwer tue, Freunde zu finden. Erwarte ich ja zu viel. Nee, finde ich nicht. Also ich finde, man teilt ja seine Freundeskreise, wenn man in einer Beziehung ist und wenn ein Partner jetzt mit dir zusammen wäre und wird dich aber in seinen vielleicht größeren Freundeskreis nicht einbeziehen. Ich meine, was wäre das für eine Red Flag irgendwie? Also ich meine, glaube ich, wirklich gut, selber zufrieden zu sein, also an eigener Zufriedenheit zu arbeiten, so gut es geht. Damit du einfach so einen guten Vibe hast, aber du musst dich jetzt nicht, man kann das nicht zwingen, ne? Also das wäre wirklich auf meiner, so einer Datingliste, also das wird bei mir auf gar keinen Fall draufstehen. Mein Ex-Freund hatte ebenfalls kaum Freunde und es fühlte sich einfach an, als wären wir gemeinsam einsam. Und hat ihn für mich irgendwie tatsächlich unattraktiver gemacht. Ja, ich glaube, dass das von der Polarität her für Männer auch noch ungünstiger ist, ne? Also weil, wie gesagt, da gibt es dieses Social Proof, ne? Klar, das wirkt bei Frauen auch, aber dass man, wenn man eben gut darstellt, dass das eben auch so ein Statusmerkmal ist von Männern, ne? Und, aber klar, du solltest natürlich nicht verurteilen, was du auch nicht verurteilt haben möchtest, ne? Würde ich schon so ein bisschen gegen anarbeiten. Und, äh, klar, du bist jetzt relativ jung, aber wie viele Paare oder wie viele Männer vor allen Dingen haben gar keine Freunde mehr über 50? Das ist Wahnsinn. Und was ich so an Studien sehe, ist, das erinnert bei Frauen auch rasant zu. Ähm, immer mehr so Single-Haushalte und was weiß ich. Ähm, dann ist der Freundeskreis gerade anders unterwegs irgendwie. Sie Standard steigen, ähm, also, aber klar, das ist für eine Beziehung nicht so schön, ne? Wenn man keine, wenn das nicht eingebettet ist, ein Freundeskreis und kann eine Beziehung auch belasten, ne? Aber kann man ja auch zusammen dran arbeiten. Aber schöner wäre es natürlich, wenn ich beide das gleiche Problem habe. Ähm, aber wie gesagt, ich würde das trennen voneinander. Du suchst einen schönen Freund dir, suchst gleichzeitig Freunde. Und ich würde das aber nicht, äh, das ist manchmal, wenn Sachen nicht so gut laufen im Leben, dann vermischen wir so alles. Und du hast das Gefühl, das, das hängt alles zusammen. Also, ich, das kenne ich auch gut, es hängt alles zusammen und alles, was schwört sich gegen mich. Und, äh, das würde ich nicht so vermischen, ne? Du machst dir vielleicht zu viel Gedanken drüber. Äh, wie soll ich das ganze Thema nun angehen? Ja, du machst einfach das weiter, was du vorher auch gemacht hast, Richtung Dating. Äh, eigentlich das Gleiche kann man eigentlich auch sagen auf Freunde. Also, man geht, ja, vielleicht mal auf Veranstaltungen, äh, Vernissage, was weiß ich, dass du da so einen Plan machst, dass du jede Woche auch mal öfter was machst, irgendwie. Ähm, ich kann dir auch ein bisschen einen Datingkurs ans Herz legen, weil da so Sachen drin sind, das passt auch auf Freunde, ne? Dieses, äh, Smalltalk lernen, äh, Selbstbehauptungschallenge wäre vielleicht auch was für dich. Das geht ja gerade los, könnt ihr noch einsteigen. Ähm, dieses, dieses einfach so, also nicht nur auf Veranstaltungen gehen, sondern auch auf Leute zugehen, ne? Also nicht da rumstehen und auf sein Wasserglas starren, sondern so, ich gehe jetzt auf die Veranstaltungen und ich spreche, äh, ja, also jetzt ohne, das ist eine Erwartung, einfach nur dieses Üben, ne? Ich spreche jetzt die nette Frau da an, Mensch, warum bist du denn eigentlich hier? Findest du den Künstler auch so cool? Und, tak, 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 also dieses Smalltalk üben, das würde ich dir, glaube ich, sehr ans Herz legen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, finde es echt schwierig und würde mich da jetzt nicht fertig machen, wenn es da nicht schnelle Ergebnisse gibt, ne? Also, das ist auch, weiß nicht, vielleicht hast du auch mal die Stadt gewechselt oder so, das ist auch, viele sind auch immer so in ihren festen Freundeskreisen, sondern seit der Kindheit und, boah, ja, genau. Ähm, so, jetzt ist eigentlich schon so lang hier das Ganze. Mal gucken, wie lange haben wir denn jetzt? Ich glaube, ich mache die Erfolgsgeschichte mal ein andermal, sonst wird das hier immer schon lang. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, Freunde. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.